Man, ich wollte mich da noch umschauen. Was soll das? Ellie, willst du mich verarschen? Was ist denn los mit dir? Hm, okay, da gehen wir nicht rein. Okay, das ist gerade unverständlich, warum Ellie so handelt. Copy Gamma. We'll pass the info to command. Stand by for further instructions. Over. Copy base. You think this affects the raid tonight? I don't know. Control the perimeter. I don't want any more surprises today. Hm. Keine Überraschung. What are they looking for these trespassers? You think they're working with the scars? They're not just trying to get through the city. I don't care who they are. I just want them found. Ah, du wirst sie bald finden. Genug Geduld. Bald ist es soweit. Okay, es sind nur die zwei. Okay, Ellie will unbedingt Rache. Und dafür scheiße jetzt auf alles andere. Was echt interessant. Okay, take it easy. So, Stür. Schön. Hehehehe. Ah, es ging schnell. So, noch zwei mehr Tote. Okay. Ich hoffe, Jessie schafft das. Okay. So langsam fideliert. Keine Ahnung. Richtig komisch. Und ist hier noch einer? Hm. Da hinten. Und hier höre ich noch einen. Okay, ist da vorne. Oder über uns. Ach so, über uns. Okay, über uns. Alles klar. Jetzt erstmal hier ein bisschen umschauen. So. Da oben dürfen wir leider nicht. Auch das hat sie nicht zugelassen. Dass wir looten. Ist für mich noch unverständlicher als das hier mit Tommy. Tja. Na, ist da eine komische Entwicklung. Und auch aus dem Nichts. Hm. Auf einmal, dass sie so reagiert. Okay. Hm. 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 Warte. Tja. Alles weg. Ja, warte. Wer denn? Wie denn? Was denn? Wo denn? Du. Du Penner. Ah, wieso überlebst du das? So, Kevin ist tot. Da ist noch einer. Was soll die Scheiße? So, stirb. Blöder Penner. Was soll das? Ja, da ist ja noch einer. Willst du verarschen? Da kommen alle von oben. Das ist ja interessant. Na schön, du Penner. Krass, du dich. Ah, da ist ja noch einer. Hm. Das wird ja gerade blöd. Okay. Wie machen wir das? Ich hab ne Idee. Hm. Hm. Schade. Tja. Lassen Sie sich davon nicht ablenken. Da um die Ecke ist ein Geräusch. Da könnte sie entlang gelaufen sein, die Gegnerin. Aber nein. Sie ignorieren das einfach. Weil sie wissen, dass wir hier sind. Ist klar. Obwohl sie es eigentlich nicht wissen können. Die da unten zumindest. Und die da oben hat nichts gesagt. Na warte, du Arsch. Ah, die ist weg. Jetzt hast du verschissen. Ah, der hat dich im Stich gelassen. Hehehehe. Vollidiot. Aber ist gut für uns. Willst du lieber den Helden spielen? Was? Ah, das war dumm von dir. Richtig dumm. Okay, da sind auch zwei. Hm. Ah, da verstecken sich zwei. Okay, wir looten später. Die müssen zuerst weg. Die müssen zuerst weg. Erst den gesamten Mall. Sie ist hier irgendwo. Okay. Mhm. Ah, so weit zu gut. Ah, okay. Gib her. Dankeschön. Dankeschön. Die Routen hier ein paar Mal erwischt. Und gleich gewinnig hoch. Toll. Das schafft sie jetzt auch wieder nicht. Ist klar. So, wie sieht's aus? Die bewegen sich. Okay. Okay. Okay, unten ist noch jemand. Hm. Ah, hier ist nix und niemand. So, geh bitte schnell da rüber. Dankeschön. Schnell. Ah, das war knapp. Auf die Sekunde genau. Schön. Tschüss. So. Ah, okay. Ist genau gleich weit. Ne, das hat eins mehr. Da nehme ich mal dich. Oder wir nehmen dich zuerst. Und greifen dann so an. Okay, da unten sind zwei. Wo ist denn hier der andere hin? Hm. Die laufen da entlang. Da unten ist, glaube ich, einer. Da kommt gerade einer hoch. Okay. Und wo gehst du dann hin? Ich hoffe, sie kommt gerade hier entlang. Über die Brücke. Das wäre schön. Da kommst du hier entlang. Ja, perfekt. Perfekt. Nö, hier ist niemand. Hm, 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 hm. Was? Was ist da? Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Erzähl mal. Alle würdest du greifen. Ah, da war die Kamera im Weg. Toll. So, noch einer weg. Schön. Okay, und wo sind die anderen? Da drüben. Okay. Hm. Wie kommen wir da am besten hin? Oh, da ist noch einer. Alles klar. Hm. Und da ist auch noch einer. Ah, hier ist niemand. So, stür. Hey, wie sie farschen. Du hast den Rücken. Oh, wie sie farschen. Natürlich. Hat den Rücken zu uns gedreht, aber kann uns trotzdem sehen direkt. Natürlich. Hat hier Hinterkopfaugen. Ist auch schon mutiert. Oh, shit. Was soll die Scheiße denn? Na, warte. Na, warte, du Bitch. Na, wir sind doch hier. Da drüben. Hä, 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 hä. Hä, hä, hä. Hä, hä, hä. So, stirb. Ist noch einer weg. Und, wo ist der andere? Geht der andere? Geht der Hand lang? Okay, aha. Rennt so hoch. Okay. Habt euch! Vollidiot. Na, los, stirb. Was ist das denn? Jetzt stirbt es schon. Schreibt doch richtig zu. Oh, was ist denn hier kaputt? Hm. Okay, wie sieht's aus? Lebt hier noch einer? Oder können wir jetzt endlich looten? Das wäre schön. Nee, hier ist doch noch einer. Hier ist doch noch wer. Irgendwo. Hm. Ah, da hinten. Oder? Da bist du. Okay, alles klar. Gut. Na schön, ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Hier bin ich. Hallo. Ja, komm zu mir. Komm zu Papa Eli. Und stirb. Tschüss. So. Ah, später. Jetzt geht jetzt mal das große Looten los. So, jetzt sind alle weg. Jetzt haben wir die Freizeit. Schön. So, wie sieht's aus? Hm. Okay, aber angeblich ist Tommy da in der Nähe. Aber warum sollte er dann hier hingehen? Zum Aquarium? Woher hat er die Information, dass er, dass er da ist? Wer sein soll? Das verstehe ich gerade nicht. Wen hat er denn hier gefoltert? Und die Information her? Hm. Das ist echt komisch. Aber okay. Nehmen wir es so hin. Ja, heilen. So, schön. Gut. So. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Munition. Haben da so einiges verschossen. Okay. Und können wir auch da hin? Können wir das öffnen? Hm. Schade ist unmöglich. Das ist unmöglich. Und so hätten wir es auch vorbeischleichen können. Alles klar. Aber wer will schon schleichen? Wer will das schon? Hm. So, die haben es verdient zu sterben. Und aus logischer Sicht wäre es schon besser sie zu töten, damit sie später nicht nerven. Vor allem bei diesem Angriff, was sie planen. So. Aber ich schätze mal, das spielt jetzt ja auch keine wirkliche Rolle. Daran wurde wohl nicht gedacht. Es sind ja trotzdem immer noch so viele. Egal wie viele wir töten. So. Okay. Der hat nichts. Okay. Wie sieht sie aus? Was ist denn hier? Können wir das ausschalten? Das stört. Schade. Ja, das ist voll, natürlich. Hätte wohl damit rumballern sollen. Hm. Schön. Schöner Kopfschuss. Hm. Ist auch ein Kopfschuss. Mit einer Leiter. Aus dem Himmel. Was ist das für ein Scheiß? Was steht da? Ja. Ja. Aha. Wir haben den Kopf gespalten und die Gedanken fliegen dann alle davon. Sie sind frei. Frei wie ein Vogel. Okay. Plotfist schon. Verstanden. Der Plot. Vom Film. Lohnt sich nicht mehr anzuschauen. Hm. Interessant. Okay. Hier ist auch wieder so wenig Loot. Hm. Hm. Okay. Mal hier runter. Hier könnte noch was sein. So. Hm. Ha. Dawn of the Wolf. Moonlight. Okay. Identify me. Nicht alles interessant. Hm. Okay. Und da kommen wir wieder hoch. Gut. Wir sind hier noch was versteckt. Ah. Wir brauchen immer noch Waffenteile und Drogen. Das übliche. Okay. Was haben wir denn hier so? Was ist hier was interessantes? Hm. Nein. Kein Typ. Halt's mal. Mal. Hm. Als ob wir das Boot nicht schon gesehen hätten. Ah. Wir bestimmt das Boot spoilern. Ich war. Ah. Da ist es ja. Wow. Hätte ich nie gesehen. Danke Spiel. Danke für den wertvollen Tipp. Hm. Okay. Das ist echt ein toller Sprung. Hm. Das ist ja komisch. Okay. Danke schön. Und so viele Heilungen. So viele Heilungen. Na schön. Hier ist nichts. Da können wir uns vorbeischleichen. Okay. Hm. Okay. Da vorne ist was. Schön. Gut. Sind wieder voll. Perfekt. Und ist hier was versteckt? Das wäre schön. Wir brauchen Waffenteile und Drogen. Mann. Da können wir auch nicht hin. Es gibt echt zu wenig zum Looten hier. Ja. Hm. Ja. Können wir uns auch vorbeischleichen. Aber keine Lust. Hm. Okay. Hier ist nichts. Hier auch nichts. Hm. Okay. So. Ah. Die Machete würde ich noch gerne mitnehmen. Aber wir gehen eh noch da hin. So. Lassen wir mal da hin. Huch. Was denn hier los? Okay. Was war komisch. Gut. Das können wir nicht mitnehmen. Schade. Schade. Hm. Da ist noch Munition. Okay. Ist voll. Und wo sind wir hier gestartet? Hm. Weiß ich gerade gar nicht. Okay. Hier ist nichts mehr gut. Na schön. Dann. Oh. Was ist hier um die Ecke? Ist hier ein Versteck? Und ach okay. Ich glaube eh. Von hier kamen wir. Oder? Kann das sein? Ja doch. Ich glaube hier haben wir gestartet. Glaube ich. Und da wollte ich hier. Genau da wollte ich eh. Darunter schwimmen. Aber ging nicht. Stimmt. Okay. Und dann ging ich hier hin. Okay. Das war hier. Gut. Ah. Die gute alte Zeit. Ist auch schon 100 Jahre her. Als wir das hier gemacht haben. Hm. Okay. Okay. Ist hier was versteckt? Nö. Hm. Was du. Kein Lot. Schade. Ah der ist so arm. Hm. Hat nicht mal eine Kugel. Und hier ist auch nichts. Da können wir nicht hin. Da ist auch nichts versteckt. Das ist echt nicht täuschend. Hm. Okay. Hm. Okay. Was haben wir hier? Ist hier was versteckt? Nicht. Nicht so wirklich. Schade. Da ist auch nichts drin. Oh Mann. Ziegelstein. Okay. So. Hm. Hm. Okay. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Na toll. Na gut. Kleiderladen hat eh nichts. Na gut. Da wundert es mich nicht. So. Ah ist auch einer gestorben. Schön. Hm. Okay. Gut. Das nehmen wir an. Hier ist nichts. Ah. Moment. Hier könnte was versteckt sein. Liegt hier so versteckt. Aber schade. Hier ist auch nichts. Toll. Hm. Da haben wir mal so ein großes Gebiet. Und besetzt keinen einzigen Drogen oder Waffenteile. Schon extrem traurig. Okay. Florige. Florige. Okay. Florige. Das kann man kaum vorlesen. So ein komischer Laden ist das. Hm. Okay. Oh. Was ist das denn hier für ein Nebel? Schade. Können wir das ja nicht kaputt machen. Das nervt. Hm. 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 Okay. Gut. Ich glaube hier war die Machete oder? Ah. War glaube ich weiter vorne. Der da hatte es. Du solltest es haben. Hm. Ah. Da liegt es. Schön. Das nehme ich. So. Okay. Hier ist nichts weiter. Gut. Dann neuer Versuch. Was haben wir denn hier unten? Ist hier etwas? Aha. Aha. Schön. Wenigstens etwas. Das können wir nicht mitnehmen. Hm. Schön. Hier ist sonst nichts versteckt. Ist hier unten was versteckt? Hm. Da können wir nur vorbeischwimmen. Ah. Das bringt nichts. Okay. Hier ist nichts. was. So. Hm. 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 Schön. Dann glaube ich, was ist das hier? Haben jetzt alles angeschaut und fast nichts gefunden. Das ist echt enttäuschend. Hm. 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 Hier ist auch nichts weiter. Okay. Das war's. Das war's. Gut. Dann noch einmal überprüfen. Einmal nachladen, bitte. Dankeschön. Hm. Moment. Können wir da hin? Können wir da hin? Aha. Ach, okay. Toll. Hat nichts gebracht. Okay. Das war das hier. Dachte schon ein Geheimnis. So. Nachladen, bitteschön. Dankeschön. So. Gut. Alles bereit. So. Alles bereit. Gut. Geh runter. Ihr könnt gehen. Okay. Das war knapp. Zum Glück war hier nix. So. Alles gelootet soweit. Ja. Wir finden nicht so wenige Drogen. und Waffenteile. Ist echt enttäuschend. Na, schön. Boot. Wir sind bereit. So. Na dann. Funktionierst du. Shit. Ja, shit. Verpackt. So. Los geht's. Oh, wir dürfen jetzt fahren. Geil. Das ist ja schön. Und wohin? Dahin. Hui. Okay. Cool. Wir dürfen auf dem Boot fahren. Dann macht das Hauptmenü-Bild mal Sinn. So. Wir dürfen auf dem Boot fahren. Ja. Steady. Ganz ruhig. Schön vorsichtig. Okay. Warte mal. Und ich glaube, hier liegt jetzt kein Blut. Die Strömung ist zu stark. Ich schätze mal absteigen können wir nicht. Hm. Okay. Dann können wir absteigen. Okay. Jetzt darf ich absteigen. Cool. Okay. Dann ist hier bestimmt Blut versteckt. Gehen wir erstmal zum Eis wagen. Mal schauen. Hast du Eis? Das wäre schön. Um das Boot zu orten. Ah. Das ist cool. Hm. Ah. Darin wurde gedacht. Das ist schön. Okay. Hier ist nix. Raufklettern können wir auch nicht. Na schön. Wo ist denn hier? Loot versteckt? Hm. Vielleicht da hinten. Ich glaube, wir müssen da vorne hin. Dann ist mal hier hin. So. Aber wir haben das Boot nur für Sluten geklaut. Nur dafür. Okay. Was haben wir denn hier? Aha. Aha. Das sieht hier nach einem Versteck aus. Ein Versteck. Was haben wir denn hier? Hm. Hm. Trogeneu. Ja. Geil. Hm. Hm. Schön. Dass ich mich mal so übertrogen freue. Kommt auch selten vor. Okay. Wir haben 4.20. Ah. Können wir nix tun. Immer noch zu wenig. Das war schön. Okay. Das haben sie hier vollgesprayt. Das ist interessant. Hm. Okay. Schön. Wo gehen wir als nächstes hin? Vielleicht müssen wir da hin. Kann sein. Ah. Hier ist alles zu. Okay. Ah. Hier können wir nix tun. Gut. Okay. Wir müssen durchs Gebäude. Ist auch cool. Das kann man auch nur in dieser Welt. So eine Bootsfahrt. Richtig schön. Hm. Was haben wir denn hier? Ah. Anhalten. Stopp. Zurückfahren. So. Was haben wir denn hier? Ist hier ein Geheimnis? Keine Waffenteile. Ernsthaft. Mann. Warum? Toll. Dann schrauben sie euch unnötig. Schade. Hier ist nix. Was? So. Ja und. Elli mit Kapuze sieht cool aus. Hm. So. Sieht dann aus wie. Ein Serienmörder. Serienmörderin. Was passt zu ihr? Please go through. Ja wäre schön. Wenn es passt. Danke da drüben. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Ja das geht schon. Kein Problem. So. Das Boot kann alles. Danke wieder Strömung. Das heißt wir dürfen uns nicht rumschauen. Schade. Aber jetzt dürfen wir wieder. Halt. Stopp. Jetzt erstmal da vorne hin. Ok. Steig ab. So. Das Boot lenken ist etwas blöd. Was ist hier versteckt? Komm gib mir Drogen. Gib mir Drogen. Gib mir. Gib mir Waffenteile. Gib mir irgendwas. Was ich mitnehmen kann. Ah ist auch gut. Sammelkarte los. Gib her. Geil. Oh Gott schon wieder so ein bescheuerten Arm. Da steht da. Seffel Hopfad. Seffel Hopfad. Ok. Ein Tentachafi. Interessant. Hm. Seffel Hopfad. Und das ist ein echter Name ernsthaft. Intelligenz. 100. Muskelkraft. 100. Aha. Zugerigkeit. Keine. Ok. Braucht ihr wohl. Jeder braucht da einen bescheuerten Namen und da eine automatische Intelligenz und Muskelkraft hoch. Versteh schon. Dieses Wesen aus einer anderen Dimension wurde lange für einen Mythos aber gläubischer Seeleute gehalten und hat die Form eines gewaltigen biolumineszenten Tintenfis angenommen. Aha. Hab nichts verstanden. Es versteckt sich vor anderen Wesen seiner Art. Es ist hyperintelligent und liebt unsere Meere mit ihren verschiedenen Lebensformen. Leider ist Seff, der Elhopfad, Temperament ebenso ausgeprägt wie seine Intelligenz. Also auf 100. Hm. Da er Fischereischiffe, Öltanke und andere Wasserfahrzeuge als mitverantwortlich für die dauerhafte Schädigung der Ozeane ansieht, führt der Tentakel basierte terroristische Angriffe gegen sie durch. Unsere letzte Hoffnung könnte Big Blue sein. Ach, der Aal. Ok, Aal gegen Tentakel. Klingt ja nach einem neuen Hentai. Ist ja interessant. Ok. Ja, mach dir mal. Hm. Schade, kann ich nicht mitnehmen. Tja, wir haben kein Klebeband. Das ist das Problem. Hm. Ach, geschade. Bis auf Sammelkarte war hier nichts. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.